hi leute willkommen zurück dieser schönen folge warte ganz kurz so hier sind wir noch black butler book of murder anime trailer deutsch der schon glaube ich seit einem jahr draußen und wir gucken uns immer so an ja von kc ist unverlegend bitte nicht bleiben bleiben ist in ordnung gar bitte nicht zweiten sondern gucken uns das schöne mal an es gibt in der tat dinge auf dieser welt die unser vorstellungsvermögen übersteigen übrigens auf jeden fall haben mich eigentlich die staffel 1 2 auf jeden fall sehr überzeugt einer mein lieblingsanimes auf jeden fall mal gucken wie book of murder ist der trailer auf jeden fall aus anzutreffen ein formelles bankett hier auf dem anwesen die person welche ihr hier empfangen sollt ist ein gewisser herr georg von siemens wie es aussieht will ihre majestät mich ein weiteres mal auf die probe stellen wenn ich nicht in der lage sein sollte richtig zwischen den zeilen zu lesen wird das meine soziale stellung ganz sicher ruinieren vielen dank dass sie alle meiner einladung gefällt und hier auf meinem anwesen erschienen sind amüsieren sie sich gut auf meinem bankett wieso bis jetzt gefällt es mir eigentlich relativ in ordnung ist nähert sich wie die staffel 3 relativ den manga an was ich eigentlich ganz schön finde habt ihr mich dazu eingeladen heute abend eurem bankett hier auf eurem anwesen beizuwohnen was in aller welt geht hier nur vorsicht wenn man das mal logisch betrachtet müsste der titel im grunde doch einer von uns sein nicht wahr wieso denn einer von uns dachte ich es mir doch das muss doch ja sehr spannend wir sind jetzt zu einer minute leute findet diesen wenn ihr das schon relativ interessant findet dann könnt ihr gern den auf diesen link klicken heute wir sind den nächsten video dann schön leute checkt auf jeden fall ab holt euch den anime kauft euch den anime geht auf ja holt euch den anime einfach das schau ich halt illegal an okay leute ist ein geiler trailer bis jetzt wenn ihr den trailer zu ende gucken wollt dann klickt auf den link ganz schön leute